Und jeder Polizist, jeder der diesen Jeep untersuchte, sie als Laura Gutierrez-Bauer identifizieren. Der Wagen erregt schnell Misstrauen. Unklar bleibt, warum Tamara sich selbst enttarnt. Will sie damit erzwingen, bei Che Guevara bleiben zu können? Oder bekommt sie Anweisungen von einem der Geheimdienste? In jedem Fall ist es Verrat. Durch ihre Enttarnung wird das Militär nahe an Che Guevara herangeführt. Der bolivianische Präsident Barrientos untersucht persönlich die Geheimdienste.